Die Menschen sind über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurück über Hoffnung und Erniedlicht. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefangen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Blau, obwohl die sechs schweigen. Wir werden tapfer sein und Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich stamme aus noblen Verhältnissen, aus Götterfelsadel und Privilegien bringen Verantwortung mit sich. Ich beschütze die mir unterstellten, einfachen Leute. Sie glauben an mich. Ihr Vertrauen ehrt mich. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore wagen und die Welt mit eigenen Augen betrachten. Aber als ich Chemo erreichte, wurde es von Zentauren gelagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich zeige den Menschen, dass wir siegen können, dass es noch Hoffnung gibt. Das ist meine Geschichte.